Halt dein Maul, ich hab grad wieder zwei Perkse gekauft. Jetzt besorgen wir mal Speed Cola, du unfähig Stück Abfall. Alles wieder verloren, fall mir nicht ins Wort, Mann! Zeit lösen, 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 Zeit lösen. Halt doch mal die Schnauze! Mahlzeit Leute, Kevin hier am Start und willkommen zu einer weiteren Zombie-Runde. Wieder mit Alex und Chris. Guten Tag, I-Beams, der Alex und der Chris ist leider auch mit da. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Gut, wir spielen heute China Nummer A, also die Map mag ich jetzt nicht so wirklich. Und Alex meint auch, die ist ein bisschen komplizierter. Ne, nicht wirklich kompliziert, aber die ist halt ein bisschen schwieriger, find ich schon. Na, das mein ich ja mit komplizierter. Oh, der ist ja grün, der Zombie! Deshalb tippt mal in den Kommentaren, was ihr glaubt, wie weit wir kommen, das haben wir übrigens in dem letzten vergessen, ja? Ja, aber beim letzten Mal haben wir richtig aufgedreht. Also, wenn ich, weil ihr die letzte Runde noch nicht gesehen habt, dann zieht euch die mal rein. Ey, wir waren richtig gut, Freunde. Also, die war so krass. Also, die von letzter Woche Samstag, schaut einfach mal in die Kommentare. Ach, ne, auf dem Kanal. Genau, schaut in die Kommentare, lest euch Kommentare durch und dann habt ihr Kommentare gelesen. Ja. War ne richtig gute Runde so, Freunde. Hey. Oh. Haben wir die Kiste hier irgendwo und die ist direkt unter uns. Da kann man ja noch nirgendwo lang, ne? Theoretisch durch die Treppe, aber ich würde nicht über die Treppe gehen, sondern hier entlang bin dann. Der Weg ist besser, weil unten kannst du dann hinter der Kiste noch so einen Raum frei haben, wo halt keine Zombies spawnen. Oh. Was? Ach, lol. Was denn? Ich hab vorerst noch eine Kaune mit rein zu machen. Oh. Ich hab aber auch kaum... Ich spiel... Ey, die kommen rein, die kommen rein! Kommen wir rein? Hallo, willkommen. Oh, hinter mir. Bitte die Schuhe ausziehen. Mein Gott. Alter, ihr warst mir aber fast teilt. Schauen wir, äh, überforderung. Meine Stirn juckt. Oh nein. What? Ich bin doch immer rot. Ich auch. Komm. Mach die Sache nochmal wieder. Ja, kauf mir ja noch öfter. Ja, beruhig dich. Kannst du mal ne Waffe kaufen? Mach das Stück Scheiße. Ich hab mal ne AK5-Fuel das, ne? Kannst auch in die Kiste einfach gehen, ne? Hier unten ist noch ne Kiste. Wer von euch auch immer die Punkte noch hat. Ich. Boah, mein Typ ist so high as fuck. Ich hab so nen Kaugen mit dabei, wo du halt Farben anders siehst. Oh! MP40! Ey. Schon ewig nicht mehr gespielt. Ist das ne MP40 oder ein HG40? MP40, die Originale. Oh. Cool, ja? Ich hab überall Zombies, aber ich seh nichts. Tino Nummer war von World at War, oder? Ja. Genau, das war, äh, ich weiß gar nicht. DLC 2? Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Verrückt war DLC 1. Messer, Chris. Hä? Messer. Insta ist an. Ja. Ich hab hier keine Zombies bei mir. Ich hab hier auch keine. Ich hab hier auch keine. Ich glaub ich geh nochmal in die Kiste. Ich mach mal in die Kiste rein. Ich hab hier irgendwo hier. MEIN! Ich will auch, ich will auch. Ich will auch Zombies mal haben. Ich hab nur einen geklischt. Ich hab die letzte Maschinen. Hä? Wo sind denn hier die Zombies? Hier ist Strom, wer? Hier ist Strom. Bösser als Pistole. Nein. Gibt's gar keinen Strom, den du aktivieren musst. Fahr nicht an die Kiste. Strom aktivieren wir das erste Mal auf, auf der Riese. Achso. Oh, wo geht's denn hier lang? So, und hier sind wir auf gut Glück. Wir müssen quasi, wenn wir eine Tür öffnen, wird random ein Perk gespawnt. In der Richtung. Echt? Ja. Du kannst es quasi nicht wissen, was da ist. Oh, ich hab die MX Garant. Für an sich ist sie stark. Aber diese neue Version mit Rotpunkt, ja? So diese. Boah Bruder, voll so modern so voll so. Diese ist aber überall so drauf wie Zombies muss. Ich schwöre so auf sie. Bruder, aber die ist nicht so alt. Die ist so modern so. Voll komplett. Die sind so wenig, Alter. Ich seh ja hier. Ich seh ja hier auch nicht. Alter, die ist One-Shot noch. So. Ab geht's an die Kiste! Backlack ist da! Oh, hier Collateral! Das war aber zum Fall auch was. Ich hab ne Cuda bekommen, ey. Was ist das denn für ein Mist? Ich will die PPSH haben. Hier ist was. Gibt's diese MX Garant nur... Hier im Zoymoso gab's hier auch noch mal einen Multiplayer nachhinein. Die gab's auch im Multiplayer. So, gehen wir noch mal in die Kiste, ja? Ja, ich bin auch grad noch mal dran. Oh, wir sind hier oben los. Du kannst hier gar nicht zwischen... Faro! Direkt nach dran, die Waffe zwischendurch. Ja. So, dann könnt ihr die Kiste gewinnen. Ey, Faro ist halt mal richtig ranzig. Ja, das ist wohl wach. Online ist hier ganz okay, aber... Zoymos ist grausam. Äffchen. Ja, Monkey Bombs. Äffchen. Oh, achso. Ist doch gut. Mal überlegen, hey, was meint er jetzt? Wie können wir hier noch rausgehen aus dem Haus? Oh Mann, ich krieg nur Scheiße hier, Mann! Kevin, bekommst du etwa nur Scheiße? Ja. Durch Scheiße sterben Zombies aber nicht. Mh, hm, 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 hm. Jui, du lustig, Chris! Deine Schinnerin, das weiß ich aber. Ich kann nicht perfekt spawnen sehen. Jetzt lädt der nach. Boah, geil rum, ey. Mal hier lang. Wie sind die alle oben, die Zombies? Wie kommen die wieder hoch? Gar nicht. Über die Treppe vielleicht? Ui, das war knapp. Oh, Double Points. Gibt's hier Juggernaut? Ja. Juggernaut Doppelfeuer, Creek Revive und Speed Cola. Okay. Da ist ja schon mal was. Geil, ich brauch noch 10 Punkte. Ich repariere jetzt sogar Dinger, ey, wie früher so richtig ausruhen. So. Ja, jetzt das letzte Mal eine Kiste, ja. Dann kriegst du ein Teddybär. Ich mach mal hier den... Warte mal, ich hab noch mal rein gehen, theoretisch. Wer? Der Westfrau. Scheiße. Kannst du mal sitzen? Okay, Hunde, Runde. Hunde, Runde, Hunde, Runde. Daddy. Ich mach schon mal einen Weg auf. Ja, ich folg dir einfach mal. Man sieht ja hier, man sieht einfach gar nichts, ja? Ja. Bro, wie langsam läuft man denn hier? Der Nebel ist so neblig. Der Nebel ist wirklich weg. Ich bin blind. Paul, laufen die Köter an mir vorbei, laufen die hinterher. Das parkt über uns rum, der Nebel ist mal da, mal ist er weg. Hier ist Doppelfeuer bei uns jetzt aktuell. Hunde ich mir. Bringst du mal was mit der M1 Garant? Stärker, der einzelne Schuss. Wo ist Jugger? Warum seid ihr schon wieder weggegangen? Ja, das ist halt, wie schon gesagt, das ist das Glücksspiel hier. Ist das immer woanders? Ja, sobald du eine Tür öffnest, spawn quasi das Perk und dann wirst du erst sehen, was rauskommt. So, soll ich doch mal machen wir hier? Der lebt nicht nach. Ich bin arm. Ich brauch noch Geld. Warte, geh ich schon mal zurück in die Mitte? Mach mal eine andere Tür auf alles. Obwohl, hier ist Wunderfest. Ihr könnt ja noch andere Perks rauskriegen. So, nebel, alter. Ah, ist auch gut. Ich geh mal, ich geh mal dran. Als nächstes will ich mal hier durchgehen, nö. Ah, ich hab Dingens. Kannst du schon leisten. Diese Spinne. Na nice. Das bringt doch hier was auf engen Raum, ne? Ja. Oh, und die MP40, die geht immer noch gut ab. Jetzt sind wir nochmal die Farbe. Mach ich jetzt noch was aufgemacht, ne? Ja. Jetzt sind die alle blau. Ja, ist aber witzig. Aber das ist nicht. Mal gucken, welches Perk hier ist. Muss ich das hier für aufkaufen, das Haus? Wieder blau. Oh. Oh. Muss ich das aufkaufen? Ja, aber komm mal zu Kevin. Man ey, das ist... Kevin ist down. Komm mit zu Kevin. Oh mein Gott. Ich bin bewusst hier geblieben, weil ich noch Double Tap wollte, aber ich wusste nicht, woher hat die Zombies überall gekommen. Mein Joachim. Chris, wo bist du? Ich renne grad zu dir. Da ist aber Zombies auch auf dem Weg, vielleicht. Ich bin am anderen in der Karte gewesen. Der Tod ist bedeutungslos. Wir haben ja noch nicht. Ach, dein Leben ist bedeutungslos. Nein, das stimmt nicht. Ah! Hinter euch. Ah! Du Eiserläche. So, jetzt hab ich Double Tap. Ja, nice. So, ich komm wieder mit. Spawner voll komisch. Die Munition, lad nach. Hex-Emmo. So, komm, wir gehen mal in das andere Kuh mit, Alex. Komm mit. Wir gehen jetzt mal auf die andere Seite. Alter. Ui. Das war grad ordentlich knapp, du. Nein, nein, das war diese Spinnenscheiße. Oh, extra Cola gibt's jetzt auch. Nein, ich war grad rot. Ey, ich sprech von mir. Warum springst du denn? So, dann kauf ich mal auf. Weil ich so schnell bin. Okay, Kevin. Hallo, E-Beams. Kauf mal auf. Warum soll ich mal alles aufkaufen? Ich habe drei Türen schon aufgekauft. Na, heuleise, Mann. Jugga, 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 Jugga. Mann, was sagt? Oh, Mule Kick. Oh, hier. Kannst du ja an... Ach, MP40 kannst du das an der Wand kaufen. Was macht Mule Kick nochmal? Es sind immer noch drei Waffen. Das ist doch scheiße hier alles. Ich geh wieder an diese Box ran, wo so ein Random Perk kommt. Das ist viel geiler. Ich bleib wieder hier, bis ich mir... ...de MP40 kaufen kann. Die ist halt an der Wand. Wie toll sind die? Ja, ich weiß. Wie teuer ist die MP40? Wie teuer ist die MP40? Hab ich gefragt. 1.500. Mal gucken, welches Perk ich jetzt herausbekomme. Saale! Ja, nice. Und hier ist nirgendwo eine Kiste. Ey, doch. Eigentlich schon. Ich glaube, in jedem Haus ist es eine Kiste. Ich kann... Oh, toll. Jetzt habe ich diese Sprinten. Die Anus. Wo ist hier noch eine Kiste? Da hinten. Komm, schnell hinrennen. Ich habe doch... Jetzt schaffe ich es wahrscheinlich nicht. MP40. Komm, gib mir mal die Kiste. Komm, einmal geht noch. Einmal geht noch. Die Vive. Das muss ich schon zahlen. Das kann doch nicht sein. So, jetzt habe ich MP40 und Vive. Das geht doch erstmal, oder? Ich habe eine LK. Ich habe jetzt Gorgon und MP40. Ich habe nur Scheiße. Gewehr 43, MP40. So, ich mache schon mal... Kann ich die Warten so behalten, oder... ...soll ich mir bessere besorgen? Behalt die erstmal. Komm. Komm, Jugga. Jugga ist da. Ja, super. Jetzt habe ich keine Punkte mehr. Wo bist denn du, Alex? Guck auf die Karte. Komm in die Mitte einfach. Da hinten. Oh, leu. Wie kommt man da hin? Durch die Tür. Wo ist denn der? Ich sehe den nicht. Hier. Hallo. Seid ihr irgendwie behindert? Ja, Chris. Ich wusste, wo du bist. So, hier lang und dann da hinten ins Haus. Ja, aber ich habe kein Geld. Ja. Dann müssen wir nur gesagt, wo es ist. Ich habe ja nicht gedacht, das musst du sofort kaufen. Ich will ja mal. Denk mal drüber nach, du. Was sind die? Gelb. Möööö. Ich will wieder Grüne haben. Wir wollen am besten. Komm mal am einfachsten sehen. Das ist ein Arschgeräte, Kevin. Nein, aber ich sehe ihn. Ein P40 hat aber gut Kraft, finde ich. Ja, die ist in Ordnung. Danke. So. Ich kann es gar nicht mehr aktivieren. Danke. Mit den Farben. So. Ich muss noch ein bisschen warten. Oh, what? Ach so, 2500. Ja, wie immer. Alter. Ja, wo seid ihr denn? Zombies, huhuhu. Ja. Wenn wir auch keinen einzeln sehen. So, da kommt noch mal einer. Hier hat doch was geblubbert. Max, ammo ladet nach. Kommt ran hier. Bin dabei. Boah, 110. So. Jetzt drehen wir euch ja richtig auf. Wurde gerade sagen, müssen wir doch nichts punchen, aber geht ja hier eh nicht. Man kann auch mit der Seilbahn hier fahren, ne? Ja. Oh, das ist bestimmt sparschig. Ja, das ist, das ist wie, wie im Phantosier-Land. Ja. Ja. Alter. So. Einweg haben wir theoretisch noch nicht geöffnet. Haben wir gleich mal Doppelfeuer. Bei mir kommen Zombies. What? Ja, das hilft dir, oder? Ich denke, Doppelfeuer Hammer. Hä, ich hab nur gesagt, ich hol mir gleich Doppelfeuer. Ja, hol ich vielleicht auch. Ich hab ansonsten nur bisher... Was haben wir am Anfang geholt? Hä? Ich hab gar nichts geholt. Das war nur da, wo alles die erste Tür aufgemacht hat. Da hat er gesagt, so, hier in dem Raum, ich Doppelfeuer. Ach so, dann hab... Ach so, ich hab das schon. Weil ich besser bin als hier. Na, jetzt klein, deswegen hab ich auch drei Perks. Ich wollte mir erst Jugga holen. Was, nur drei Perks? Ach so, du, ach so, gut. Man kann vier haben, ne, Alex? Ja. Das heißt, obwohl ich mir noch Double Tap. Ja, das eine, das hab ich nicht gekauft. Was waren das nochmal? Das zweite? Äh, Mule Kick. Aber ich war, ich war mal an diesem Ding, an diesem Ding, an diesem Ding, wo man so einen random Perk kriegt. Das heißt, da kannst du alle Perks kriegen. Ja, da will ich auch gleich nochmal hin. 1500. So, ich auch einmal ran. Ich will nur nochmal Speed Cola und dann gehe ich nach, äh, Extra Cola. Wait, that's why. Nice. Hab ich auch. Das ist mega. Ich find die Karte gar nicht so schlimm, ja? Ja, auf die Ordnung. Die ist ja auf jeden Fall heller als im Rode. Kann doch an den Kaugummen liegen. Also du kannst dir gut die Wege ansehen. Nein, nein, nein. Alex ist bei mir auch richtig hell, die Karte. Wo ist Speed Cola, Junge? Äh, ich hab die noch nicht mal gespawnt bisher. Ich hab die auch richtig dunkel in Erinnerung. Ich hab die Raygan, die hole ich jetzt einfach mal wegen klassische Karte, also klassische Waffe. Aber war die gut, ne? Na, geht eigentlich. Ich mag die irgendwie immer noch nicht. Wo waren ja nochmal Extra Cola? Hä? Wunderfiss meinst du, oder was? Hier rechts, Kevin, da wo du da reingangläufst. Meinst du Wunderfiss, oder? Extra Cola heißt das. Ach, das heißt Extra Cola hier. Jetzt erfährt die so? Ja. Jetzt sind wir wieder nebelig. Jetzt sind wir wieder nebelig. Ja, jetzt kommen auch die Hunde. Oh, was hast du, Kevin? Oh, wird du ein Wein. Ach so. Perfekt. Hallo, nicht anhitten hier. Oh, scheiß Moni gleich. Gibt's ja nach der Hunde, ne? Die Hunde müssen mal zum Hundetraining, denn werden die freundlicher. Na du, Hundi, wo bist du? Hundi! Oh, darf ich den streicheln? Der rennt einfach weg. Wo sind die Dreckskirter? Bei mir ist hier nicht ein einziger. Tja, geh ich jetzt nochmal ran, oder warte ich auf Speed Cola? Max, Emo! Alex, was sagst du? Ich hole mir auch Speed Cola. Ich würde mir lieber Double Tap holen, Kevin. Weil du hier kannst nicht punchen. Deine Waffen muss stärker werden. Double Tap habe ich doch schon. Ach so. Das ist doch das mit den drei Patronen, ja? Ja. Ja. Wie viel ist das? 2000. 2000 Punkte, Kevin. Ey, Chris. Die lassen sich halt echt verdammt viel Zeit hier auf der Karte. Muss man schon mal sagen. Was, habe ich 2000 Punkte? Wer macht hier so Geräusche? Wo ist denn der? Schießt man dann auch mehr Munition? Hallo! Nein, ne? Hä? Man schießt aber jetzt nicht doppelte Kugeln, ne? Nein, nein. Nein, nein. Aber die sind stärker, auch die Kugeln. Ah, hier ist eine Kiste. Ich bin nach oben. Ich will den Räger nicht mehr haben. Krabben! Kuda, was habe ich mit einer Kuda? Locus. Ich bin mit der MP14, ey. Geh zu, Kiste, geh zu! Schnell! Oh nein, ich hätte den nochmal kaufen können. Oh, ich habe es mal geschafft. Einmal noch, einmal noch. Ach man. Ja, zu spät. Ist doch scheiße. Locus. Gorgon und Locus habe ich jetzt. Seilrutschen muss aktiviert werden. Wie aktiviere ich nochmal die Seilrutsche? Ich habe Monkey Bombs! Ah, ich glaube, ich weiß wie. Ich habe Monkey Bombs. Ja, nice. So, face when you is da. Warte mal. Man kann ja eh nicht punchen, ne? Man kann ja eh nicht punchen. Das heißt, ich habe jetzt vier Perks, habe alles, ne? Das heißt, dann gehe ich jetzt nochmal in die Kiste. Hast du auch eine Locus, Kevin? Ja, ja. Ja, nice. Hier, face... Face ist jetzt wirklich da. Ich habe die falsche... Ich habe die falsche Waffe eingetauscht. Oh, mein Gott. Das ist ärgerlich. Jetzt habe ich die Gewehr 43 und eine Dingo. Hast du ein Gewehr 43? Hä? Jetzt gibt es die Gewehr 43? Ich wusste ich gar nicht. MX Garant, meine ich. Jetzt habe ich MX Garant und die Dingo. Äh, Gorgon, meine ich. Ist doch okay, ne? Ja, ist okay. Ich will eine Monkey werfen. Warte, ich werfe eine Monkey. Oh, größe hinter dir, Alter. Ja, ich werfe eine Monkey. Hör auf! Ich bin nicht down. Jesus. Oh, mein Gott. Belebt mich mal wieder, danke. So, alle meine Perks sind weg. Zevi hat kein Geld, alle meine Perks sind weg. Perfekt. So wünscht man sich das doch. Ah, warte. Ich komme jetzt einfach nochmal neu. Das ist kein Problem hier. Mann, ey, ich erschrecke mich immer übelst. Wenn die gegen mich laufen und Witwen Wein geht an. Sind die Gämmen? Ja, ich auch. Hallo. Hallo, Chris. Hä? Das ist eine Maschine. Die habe ich aus der Kiste bekommen. Aus der Kiste? Ja. Ist die jetzt permanent oder was? Ja. Hey. Und das ist sogar verbuggt. Die hat unten eine Munition immer. Ehrlich? Ja, super. Ist doch. Da braucht er immer die anderen Waffen nutzen. Da habe ich schon wieder gefrankt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja. Ach, dieser Mensch ist so bitter. Hallo, Chris. Siehste? Hallo, Chris. Siehste? Der stellt uns immer so hin, als wenn wir die größte Idioten wären. Ja. Seid ihr ja auch. Das ist nicht ein Mensch. Nee, du nutzt das einfach nur schadlos aus, sodass du dich hier als der ganz so tolle Alex einfach darstellst. Hallo, ich bin der tolle Alex. WAH! Ich finde die Karte relativ langweilig. Man muss hier förmlich Zombies suchen. Ja, doch. No scope, no scope, no scope, no scope, no scope, no scope, no scope. Mann, ey, die regen mich auf. Ah, welches Perk. Was habe ich denn jetzt hier? Wieder Marathon. Ich brauche keinen Marathon. Wieso langsam? Ich bin grad nur am loss geopen. Munition, Granate, Eis. Ich spawne ja immer noch, ey. Wir lassen sich halt echt verdammt viel Zeit auf der Karte. Jetzt hänge ich hier fest! Mann! Du hängst irgendwie nicht fest, du liegst auf dem Boden. Chris, festhängen und auf dem Boden liegen ist ein Unterschied. Jetzt hast du doch gleich, dass du down gehst. Ja, jetzt bringt der wohl auch einen Haufen mit hier. Oh mein Gott! Bist du grad gegen die Wand gelaufen und deswegen fest? Oh mein Gott. Chris! Chris! Halt dein Maul, ich hab grad wieder zwei Perks geklaut. Jetzt besorg mir mal Speed Cola, du Unfähig. Alles wieder verloren. Fall mir nicht ins Wort, Mann! Halt die Schnauze, du hast keine Rechte. Junge, deine Rechte stehen auf dem leeren Blatt Papier. Halt die Schnauze jetzt. Hunde, Hunde! Hunde, Hunde! Ist MX-Garant gut? Ja. An sich stark, ja. Oh, nimm die doch. So, ähm, Speed Cola ist auch herzend. Ich bin down! Alex! Ich konnte nicht schießen, weil die R2-Taste rausgeguckt hat. Von meinem Controller. Oh mein Gott, das ist ja dumm. Korrekt. Äh, jetzt ist er wieder drin. Korrekt. Ach ja. Alex, ich bin down! Ja. Alex, bin ich wieder? Oh, danke Kevin. Scheiß werde ich tun. Danke, danke, danke Kevin. Danke, du bist sehr nett. Worte ich mal in der Absicht. Ich muss dir nachladen. Obwohl. Ich bin down! Ach, wie scheiße bist du, Alter. Weil, nein, nein, nein. Guck mal, ich hatte Gewehr-3-4, diese MX-Garant in der Hand. Die musst du nachladen. Der weckte zur anderen Waffe, zur Gorgon. Die musst du aber auch nachladen. So. Du hast jetzt gar keine MX-M bekommen. Kann das angehen? Das ist richtig, weil ich so oft down gegangen bin, wahrscheinlich. Ja, weil du down warst, als ich das eingesammelt habe. So, wie schon gesagt, Speed Cola ist jetzt auch da. Nee, ich hab das heute auch nicht gekriegt. Guten. Äh, da wollen wir dich noch nicht freigekauft haben. Da, wo ich jetzt gerade bin. Wo bist du? Hier. Ich brauch Jugger-Knock. Wir sind einmal hier durch und dann da hinten zum Hals. Ich brauch Jugger-Knock. Dann kaufst du ja. Ja, von welchen Punkten? Ach, du hast ja gar keine Punkte. Stimmt, ja. Also, Kevin hat 14.000 und ich hatte auch eben noch 10.000 gehabt, aber ich hab mir halt Perks gekauft. Ey, die MX-Garant, die killt ja gar nicht mehr. Auf dem Kopf schon. Ah. Im Kopf ist die echt lange stark. Ich hab auch, One-Shot ist die. Uuh, nachladen. Ich bin fast down, ich bin fast down. Aber nur fast. Versuch daraus einen, ich bin nicht down zu machen, okay? Ich nehm hier noch zwei Granaten. Hallo, Zombies. Hallo. Ich hab eine Destmaschine. Ah. Das ist das Richtige für mich. Das war mein Kind. Oh, ich kann mir Jogger holen. Wo ist Jogger nochmal? Oh. Äh. Bei mir, glaub ich. Das ist zu viel für mich. Das ist... Insta-Kill. Das ist zu viel. Alter. Das ist mit dem Nachladen, das fuckt mich ein bisschen ab hier, Alter. Der MX, das ist richtig nett. Die STG-44, wurde die nicht krass? Ja. Ich hab die noch gar nicht genutzt. Wo ist denn die? Da, wo Speedcaller ist. Achso. Komm ich da gleich mal hin. Ich hab die noch nie ausgetestet in dem Teil hier. Hm. Komm, ich riskier's einfach mal. Mensch, ich bin down. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Chris, äh, wo ist dein Jogger? Ich lieg davor. Ja, die ist, die ist gut. Ich lieg davor. Musst du auch einsammeln. Musst du auch einsammeln, nicht davor hinlegen. Komm jetzt ran und beleib dich wieder. Was ist denn scheiß, Marie? Wie unfähig ist dieser Mensch? Bei mir auch immer. Aber da kommen so viele. Wo ist denn die Kiste? Ich denke, es ist in jedem Haus eine Kiste. Ich sehe ja keine. Ja, ein Kistenspot. Aber die Kiste ist ja immer nur in einem Spot. Achso, das stimmt. Chris, wie läuft's bei dir? Ich hab Jogger noch. Alles gut. Ich muss jetzt auch mal meine Gorgon ersetzen, weil die hat keine Muni mehr. Und da bin ich verdammt langsam. Guck jetzt mal, wie die STG so ist. Wo ist sie? Bei Speedcola. Ich komm zu dir. Wieso? Wie komm ich zu dir hin? Ah, du rennst. Ach. Ich komme, Alex. Boah, da ist das ungewohnt mit der Waffe. Gibt's die auch online? Danke für die Antwort. Hast du, äh, hast du die STG oder was? Ja. Ich glaub nicht. Ist die gut? Ich wüsste, wüsste nicht. Ja, die tut ab. Aber die hat nicht viel Muni, ja? Na. Ich hab nicht genug Geld. Na, perfekt. Ich bin gleich wieder kaputt. Dann renn einfach von denen weg. Ich war grad in der, in der, in der Ecke gefangen. Oh, komm ich mir gleich tatsächlich entgegen. Sag mal, bin ich blind? Ich seh hier keinen. Ach doch, da hinten. Oh,es Zelle. Zelle! Mahaah! Chris, was ist nur los? Ey! Was passiert? Was passiert, Chris? Ich verstehe deinen Tom nicht. Chris, was passiert? Ich bin gestolpert. Ach so. Das ist ärgerlich. Fuck, ich find hier die Kiste nicht in dem Haus, halt auch hier. Der Sale blinkt schon. Kann doch nicht sein, ey. Oh mein Gott, ach scheiße. Oh mein Gott, Alter. Man, wo war ich unbedingt an der Kiste, weil ich Idiot, man. Alex, da kommen viele Zombies, kannst du mir bitte alle töten und uns endlich mal wiederbeleben? Ich bin jetzt Knüppelrot. Ach scheiße. Ja, ich hab noch die Logos. Mann. Das war's. Wie immer, Alex, weil er ist ja alleine. Ach, das ist so... Nee, das ist so sinnlos, Alter, der Tod. Warum sind hier noch so viele? Nein, nur wegen der verfickten Kiste, Alter. Sieht dein Bild die ganze Zeit so aus, Alex? Ja. Mein Kaugummi. Mann, dann blinken die Zombies, ne? Warum sind hier noch so viele, verdammt? Ich dachte, das sind jetzt nur so ein paar Zombies, die ich noch weghau. Ich kriech schon entgegen, aber... Ja, ja, ich bin dort. Äh... Es sind so viele Zombies hier. Oh, jetzt bin ich im Wasser. Was liegt da? Doppelpunkte. Oh mein Gott. Oh... Das kann nicht wahr sein, Alter! Der war auch... Der war auch blockiert! Alter, das war jetzt richtig schlecht. Hast du gesehen, wie oft ich den getroffen hab? Alter! Du hast aus der Hüfte geschossen, du hast den auch nicht getroffen, den zweiten Schuss. Ja, aus so ner Distanz. Du bist schlecht, Alex! Oh... Ich darf, dass wir nicht mehr so viele Zombies machen! Ich... Ah... Also die Niederlage geht auf Alex sein könnte. Ja, ganz klar. Er hat's wieder nicht geschafft. Warum geht ihr beide denn einfach down? Weil... Weil... Weil ich unbedingt eine Kiste wollte und da dann so viele Zombies waren. Wär's, wenn man am Ende der Runde an die Kiste geht. Und ich mitten in der Runde. Da waren so... Warte mal, da waren so viele Zombies. Ich dachte echt, das wäre schon vorbei. Junge, mach deine Verabschiedung! Ja, Leute, wenn's euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Beim nächsten Mal dann... Ohne die beiden. Trio ohne die beiden! Trio ohne und... Auf jeden Fall, Leute, wenn's euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Dann lasst du irgendwie nach oben. Dann wird man euch loben. Und die letzten Worte gehen an... Die anderen beiden. Lesen. Ja. Ich verabschiede mich. Und... Tschüss! Tschüss, Freunde! Ich hoffe, ihr hattet Spaß! Tschüssi! Das mach ich eben... So! Nach der letzten Woche, die so erfolgreich war, habt ihr jetzt wieder das Original-Trio gesehen, wie wir normalerweise spielen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß! Und, äh, ja. Hier. Kevin, Alex. Ihr könnt natürlich auch noch verabschieden. Ja. Tschüssi! Ich hoffe, nie wieder mit dir. Warum? Hey, du... Tut gut, Facebook! Alles klar. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschau! So, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Äh, das Ende war ein bisschen mehr als jämmerlich. Das war wirklich... Das... Das ärgert mich. Aber, ja. Ein Team ist nur so stark wie das schwächste Glied. Also, Alex. Das war jetzt gemein. Das war heute das originale... Das war heute das originale... Das war heute das originale Trio. Beim letzten Mal, da ging's ja ziemlich vorwärts. Wer weiß, vielleicht ist es immer im Wechsel. Vielleicht, äh, läuft die nächste Runde wieder umso besser. Ich verabschiede mich, euer Kevin Yo. Bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort haben Bimmel und Bommel. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf dieser Karte zu spielen. Ich gebe dieser Karte eine 9 von 11 Bewertung. Und dann... Scheiße, wenn... Ich hab... Ich hab... Das ist ja eben doof. Der weiß gar nicht, was er redet, ey. Oh, ich versteck's jetzt nicht. Ja, haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.